Ich will die Sünde jenes Landes wegnehmen, an einem einzigen Tag. Ihr Lieben, ich grüße euch zu einer neuen Folge von Morgenmut mit der Losung aus dem Propheten Zacharja, Kapitel 3, Vers 9. Gott will retten. Gott liebt Menschen. Gott will Menschen an sein Herz ziehen. Diese Botschaft zieht sich durch die ganze Bibel durch. Lass dir nicht einreden, dass Gott vielleicht im Alten Testament immer nur auf Gericht aus ist und auf Strafe und dann erst im Neuen Testament irgendwie die Kurve kriegt und nett wird. Es geht nicht um nett, aber es geht darum, dass Gott rein ist und heilig und die Sünde zurückweisen muss und gleichzeitig die Menschen liebt. Und das ganze Drama, das sich durch die Bibel hindurch entfaltet, zeugt eigentlich davon, dass er einen Weg verfolgt, einen Plan verfolgt, um Menschen nach Hause zu lieben. Und das wird immer und immer wieder deutlich. Und hier im Propheten Zacharja spricht er zu einem Hohepriester, der den Namen Jeschua trägt, also den gleichen Namen wie unser Retter. Und dieser Name heißt Retter. Und er sagt, ich will die Sünde des Landes wegnehmen an einem einzigen Tag. Und er spricht hier eine bestimmte Situation rein, aber gerade in Zacharja immer wieder prophetisch über die aktuelle Situation, wo der Tempel nach dem Exil wieder aufgebaut wurde, hinaus. Auf einen Tag des Herrn, der kommen wird. Auf einen Tag, wo der Herr König sein wird über alle Lande. Und ja, eben einen Tag, wo er die Sünde wegnehmen wird. Und wir wissen, welcher Tag das ist. Das ist der Tag, als unser Herr am Kreuz für uns gestorben ist. Alles getragen hat, all dein Mist, alles, was du getan hast. Und auch allen Schmerz und alle Schande, alle Scham. All das hat Jesus am Kreuz getragen. Und du kannst frei werden. Das funktioniert nicht automatisch, so ist es einfach weg. Und du merkst es gar nicht, sondern du kannst zu ihm kommen. Du kannst ihm deinen Ballast bringen. Und er nimmt ihn gerne. Er hat ihn eigentlich schon getragen. Und er sagt, ja, nimm das doch in Anspruch. Lass dich beschenken von mir mit Gnade, mit Hoffnung, mit Liebe, mit neuem Leben. Er hat einen neuen Weg für dich, dass du frei sein kannst. Was für ein Geschenk. Was für ein Retter Jeschua, Jesus, der alles für uns getan hat. Ich lade dich herzlich ein. Ihm zu vertrauen. Ob das das erste Mal ist, dass du Ja sagst zu ihm. Oder ob du sagst, ja, eigentlich gehöre ich ja zu ihm. Aber du merkst, du schleppst dich doch ab mit deinen Lasten. Und wirfst sie nicht auf ihn. Du kannst zu ihm kommen und er trägt es. Er spricht dich frei. Er macht dich rein. Und er führt dich, die Schritte in ein neues Leben hinein. Wie großartig ist das? Jesus, wir preisen dich, dass du dieser wunderbare Retter bist. Wie es dein Name schon sagt. Danke, dass du alles getan hast an diesem Tag, als du für uns gestorben bist. Und dass wir heute zu dir kommen können. Und dass wir dir alles bringen können. Und dass du uns die Lasten abnimmst. Dir sei Lob und Ehre. Halleluja. Halleluja. Amen.